Was gibt es schon Schöneres als Urlaub in der Natur? Einfach mal im Grünen die Seele baumeln zu lassen. Camping wird ein immer beliebteres Hobby und das ist ganz klar. Zu viele Menschen verbringen zu viel Zeit vor Bildschirmen. Die Natur als Ausgleich ist da sehr praktisch. Heute stelle ich dir ein Duschzelt genauer vor. Was man vor allem mit einem Duschzelt besonders gut machen kann, das erkläre ich dir hier auch. Doch es geht um das Jorgia Aquila Umkleidezelt. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Duschzelt bzw. Gerätezelt für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Duschzelt werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sinn und Zweck davon sind auch sehr schnell erklärt. Wozu ein Duschzelt? Naja, man möchte sich gründlich duschen, aber will nicht unbedingt, dass das jeder sieht. Und genau dafür ist so ein Duschzelt wirklich unglaublich praktisch. Vor allem dafür ist das konzipiert. Man kann es darüber hinaus sogar als Umkleidezelt verwenden. Wenn du ein bisschen vorsichtig bist beim Umziehen und nicht möchtest, dass dich jemand sieht oder da ein bisschen mehr Zeit brauchst, baust du eben relativ schnell dieses Zelt auf und kannst dich dann in Ruhe und Frieden umziehen. Genau das ist der Vorteil. Außerdem kann es als Gerätezelt zur Lagerung von Geräten verwendet werden. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Grundfläche von 2,25 Quadratmetern ist schon ordentlich in Sachen Größe. Die Lichtkuppel im Dachbereich, die gleichzeitig als große Belüftung dient, auch ein sehr, sehr praktischer Aspekt. Stabiler, mittig angebrachter Haken zum Aufhängen einer Campingdusche. Zeltgewebe mit 5000 mm Wassersäule, Nähte versiegelt und getapet, Sonnenschutzfaktor 50+, schnell trocknen, zusätzlich Wasser und schmutzabweisend imprägniert. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Das Jorgia Aquila Duschzelt verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Nun gebe ich dir noch ein paar generelle Camping-Tipps mit auf den Weg, die deinen Outdoor-Ausflug besonders schön machen. Besonders wichtig ist, dass du keinen Müll in der Natur hinterlässt. Das machen leider vor allem Camping-Beginner und das ist natürlich sehr unschön. Das ist sehr ärgerlich. Ich würde es schön finden, wenn du die natürliche Umgebung so auch für andere Camping- und Outdoor-Freunde hinterlässt. Deswegen nimm deinen Müll doch bitte mit. Vielen Dank. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass du nicht zu viel mitnimmst. Insbesondere in Deutschland gehen viele Menschen zu kompliziert an das Camping. Dabei geht es doch gerade darum, Zeit in der Natur in der Ruhe zu verbringen. Es gibt immer neue Gadgets, vor allem rund um Strom beim Camping und so weiter. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man das wirklich braucht. Punkt. Muss man wirklich die ganze Zeit sein Smartphone einsetzen? Fragezeichen. Vielleicht, wenn man schöne Aufnahmen macht mit der Kamera noch. Punkt. Aber dieser ganze Elektro-Kram muss das wirklich sein? Das kannst du dir natürlich überlegen. Ich sage nur, man braucht nicht zu viel mitnehmen. Und genau. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass du auch immer Kleingeld dabei hast. Kleingeld, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum das nützlich sein kann. Zum Beispiel bei Parkplatzgebühren, bei der Abwasserentsortung, bei einer Waschmaschine, die man zum Beispiel auf Campingplätzen einsetzen kann. Immer Kleingeld mit haben ist da heutzutage zumindest noch sehr, sehr wichtig. Was können wir dir, was kann ich dir besser gesagt auch noch mit auf den Weg geben? Wenn du Wildcampen möchtest, musst du auch sehr, sehr viel beachten. Deutschland ist da wirklich sehr, sehr strukturiert geregelt. Da solltest du dich erstmal informieren, darf man das? In den meisten Fällen nämlich nicht. Das hier ist keine Rechtsberatung zum Thema Wildcampen. Ich sage nur, bitte recherchiere, wo du das darfst. In Deutschland ist das nämlich sehr, sehr streng geregelt. Und du musst vor allem überlegen, wo du eine Erlaubnis für sowas herbekommst. Denn in aller, aller Regel kannst du das nämlich nicht einfach so machen. Ganz, ganz wichtig. So, was kann ich dir noch für Tipps mit auf den Weg geben? Zu lange Tagesetappen lassen sich auch vermeiden. Beim Campingurlaub geht es ja nicht darum, die ganze Zeit zu fahren, sondern mach öfter mal eine Pause an schönen, natürlichen Plätzen. Ich hoffe, meine extra Tipps zum Camping haben dir auch weitergeholfen. Das besprochene Outdoor-Zubehör werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen hervorragenden Outdoor-Urlaub. Alles Gute. Ciao.